Heute erfahren wir, wer mitfährt. Du musst mir in den Lauf spielen. Ich versuche, mich mit Fußball abzulenken, bis die Nachricht kommt. Wenn Fladko anruft, um mir mitzuteilen, dass ich im Kader bin und zur WM fahre, wäre das der Wahnsinn. Ich habe getan, was ich konnte. Also warten wir mal ab. Ich schicke Fladko eine Nachricht und sage ihm, dass ich mich den ganzen Tag bereithalte. Ich kapiere es nicht. Es ist vier. Also erlöse mich von meinem Elend. Oh, ihr Leute, ich bin so nervös. Er hat geschrieben. Sag, wenn du Zeit für einen Anruf hast. Ich sitze hier seit 6 Uhr früh. Er schreibt, wann hast du Zeit zum Reden? Mach, period. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017